Oh Wir brauchen Rollen und Bücher, Wächter und Verrieter Aber ich glaube die kennen wir alle hier Räuber als nehmen wir Braucht ja sowieso keiner Naja, hier ganz hinten hat er Sachen versteckt Saja, Saja, der Drachenkrieg, Geschichte des Rahmenfels, okay Ach gewöhnlicher Seelenstein, Zaubertrank, Magiker Wir klonen alles dem Irak, all das was nicht knickt und nagelfest ist Er braucht doch sowieso nicht, die Schmiedensperre Rüstung Oh, okay, dann ist ja gut, ne? Bist du denn? Hi Okay Also ihr seid auf der Seite von den anderen Mhm Aber ich hab gar keinen Platz mehr gleich, deswegen Ist ja echt viel los hier, ne? Ist da hinten noch was? Da hinten Hä? Warte mal, bin ich jetzt gerade nur im Kreis gelaufen? Ne Ich dachte, ich bin im Kreis gelaufen Gold, große Herolde Das sind viele Sachen, die man hier gucken könnte Und so haben wir Kapitel 3 Buch, glaube ich Knochenlose Glieder Ähm Da drüben hat sich was getan Oh, jup Kapitel 3, jetzt Und schon wieder muss ich hier überall rum Eiern, ey Irgendwie hab ich darauf ja gar keinen Bock, ne? So wieder so Jaja, Tentakel Boy Geh mir nicht auf Eier Mhm Die 5 Sterne Könnte lauter Beschwörungsrollen hier irgendwo Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann Da ist er Oh Schade Hätte gerne auch einen von euch auf meiner Seite Rolle des Kars So viele Rollen Papierrolle, Papierrolle, Tinten, was? Schreibfeder Rolle der Schnellheilung Gewöhnlicher Seelenstein Und hier haben wir nochmal Ein Büchlein Ich sag ja, also wir hätten hier Bücher Ja, wie, wie die Pest Oh, ja, heute Oh, Schnee Scheren Okay, das heißt Ne, das war nicht wieder zurück Aber wir müssen hier Oh ja, Alter Ich hab doch keinen Platz Ich hab doch keinen Platz Einfach nur so'n Wirrwarr Ja, ja Ui, ui Ist hier alles aufgegangen? Ja, hier ist was aufgegangen Schick Ja, man nähert sich dem Finale So wie's aussieht, wa? Kleiner Seelenstein Hier wieder irgendein Hier wieder irgendein Viechlein Rolle, Steinhaut Rolle, Schnellheilung Ja Und so sind wir voll Objekte Bekleidung Können ja mal gucken Mal gucken, was wir hier noch so rausschmeißen können Äh Hier ja nix Aber den schmeißen wir raus Mit den Zwergen durch ja sowieso Und die schmeißen wir auch alle weg Danke Keine Weile noch Scheiß auf 1000 Gold So, jetzt bin ich hier oben Machen wir jetzt hier Hier haben wir eine Kiste Mit Gold Dankeschön So Hier können wir Spiekugeln Dann geht das einfach auf Eventuell ist es ja genau das so gewesen Dass du erstmal die Sachen hier holst Und dann Irgendwo anders hingehst Gucken wir erstmal da drüben Weißt du nicht, ob es da weiter geht Auf jeden Fall Hätte ich da drücken können Jetzt habe ich nicht gedrückt, aber Okay Ist doch nicht mein Problem, oder? Kapitel 4 Wieder lauter Kapitel da Der hat zu viel von seinem Meister gelernt So wie es aussieht Er hat ja echt tierische Langeweile Also ich liebe ja auch lesen Aber die ganze Zeit Glaub ich, da werden wir das auch langsam zu viel Oh Hier Hier Hinde ich mal mit Das klingt so gut Mischtakt Oh, ey Sag mal, das bist du nicht ganz dicht, oder was? Das ist ja einer Noch einer Ne, das war er ja nicht Da sind die Überreste Massendemung Ach ja Lauter Rezepte hier Muss ich dir runter Ja Ein schicker Wirrwarr hier Geh mal ganz kurz da hinten hin Zurück Hat ja irgendwas, ne? Jetzt haben wir hier Papierrolle 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 Lauter Papierrollen Was ist das hier? Das ist Banner von Mira Aga Viecher Die Griecher So, wer will noch mal Wer hat noch nicht Die Arschregen hier Ich glaube, ich werde mal ein paar Rollen benutzen Sonst Schriftrollen Eisenhaut Ne Geisterdorn-Token Davon habe ich so viele Oh Wohl Hat das jetzt was gemacht? Nein Schriftrollen Rolle in der Harmonie Massenlähmung Schnelle Heilung Kann ich Gut gebrauchen Später Rolle ist Chaos Kreaturen und Personen Bis zu Okay Ah, ruf zu den Waffen Zielverfügung Zehn Minuten lang Übergesteigte Ausdauer Okay Das ist doch gut Oh, schon wieder Haben sich die Waffen Wieder falsch Eingestellt Links Mann 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 Achso Ich muss hier auch noch mal wieder Die Waffen auch noch mal wieder Sachen froh Gewöhnliche Splitter Gut Wollte mich Wollte mich alle ärgern Kann das sein Kann das heißen Ich soll wieder zurückgehen Wo sind denn die Jungs Wo sehe ich hier gerade irgendwas Wichtiges Eventuell soll ich zurückgehen Ja Ah Der Rückweg hat sich gewandelt Alles klar Jetzt weiß ich Bescheid Jetzt weiß ich Bescheid Oh ja Die Musik ist aber echt schon So richtig Kleiner Seelenstein Noch einen Seelenstein Giftige Lähmung Weiß ich nicht Ob das irgendwas Gegen ihn bringt Oder habe ich das vorher Übersehen Hier ist das Boah Ich habe mich gerade Verjagt Jetzt geht es nach rechts Weiter Ich habe mich echt Gerade erschrocken Kann ich mir jetzt auch So rum Wie ich längst gehen möchte Schick oder Idee ist ja echt gut Gehen wir einmal schnell durch Tut mir leid Wenn Falls jemand doch hätte Lesen wollen Ach ja Ich gucke nur Ob ich irgendwelche Steigerungen haben kann Aber Ich glaube ich habe ja Soweit alle gelesen Fast ne Also ich habe wahrscheinlich Welche in der Tasche Die habe ich noch nicht gelesen und Papierrollen die leuchten Rolle des Leben entdecken Rolle schnelle Heilung Großer Seelenstein Oh Reiserei I don't give a fuck Ich laufe hier richtig Ja Ja Zumindest ist das hier ein Weg lesen. Schneller Knall. So, Schutzkreis ist auch noch. Au, au, au. Und ein groß gewöhnlicher Seelenstein. Wir sind ja richtig dabei hier. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er der Hühnererschrecker? Wo ist er? Komm her. Ich zeig dir. Liegst du nieder, Alter. Da liegst du nieder. Leg dich mit den Ragnar an und du verlierst wir alle dann. Was ist das denn? Scheiterhaufen? Okay, nochmal irgendein tolles Ding zum drücken. Okay, da unten. Oder? Ich hab keine Ahnung. Ich hab gerade nicht hingeguckt. Ich war gerade so beschäftigt. Vor allen Dingen Serana ist ja nicht mit. Nein, ich bin hier ganz alleine in der Scheiße. Ganz alleine. Jetzt ist er noch dunkler. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ist aber nicht am Ende des Tunnels. Oh, 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 peitschenhiebel. Peitschenhiebel. Oh, schick. Also wenn ganz ehrlich, muss ich jetzt sagen, das erinnert mich sehr, sehr stark an Dingen hier. An, äh, World of Warcraft. Der schwarze Tempel und so. So ähnlich alles, ne? Ist da ein Böser drin? Aua. Ho, ho, ho. Ja, ein großer Böser. Na, komm her. Boah, ja, ich muss mir immer heilen hier. Objekte, Schriftrollen. Und Heilung. Nein, ich brauch Heilung. Starke Heilung am besten. Den nehmen wir immer. Ja, ich muss mir immer heilen.